Hallo zusammen. Hallo zusammen. Heute fahren wir zum Kötteler Hof. Ja, ist da auch ein Spielplatz. Ja, ist ein Spielplatz. Wir freuen uns, wir nehmen euch wieder mit. Genau, bei uns hat es so gut in Irland fallen, dass wir jetzt zum Kötteler Hof fahren, dass wir den auch mal ausprobieren, ob der genauso gut ist oder vielleicht noch besser. Das seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß. So, wir sind jetzt am Kötteler Hof angekommen. Hier ist der Haupteingang. Und dann kaufen wir uns jetzt mal eine Karte. So, da haben wir jetzt, also es kostet genau das Doppelte wie in Irland. Irland kostet 7 Euro pro Person und hier 14 Euro pro Person. Jetzt haben wir noch Wildfutter geholt. Da habe ich jetzt mal vier Pakete. Ja. Und dann stürzen wir uns gleich ins Abenteuer. Hier haben wir den Plan vom Kötteler Hof. Also hier ist jetzt der Eingang. Ja. Hier sind wir jetzt. Dann, ich glaube, wir gehen einmal so, ne? Ja. Oder vielleicht auch so. Wir wollen auf jeden Fall einmal komplett durch. Und dann wollen wir erstmal Sachen in draußen machen. Also wir haben heute richtig Glück mit dem Wetter. Wie viel Grad haben wir heute? Ja, gefühlt 30 Grad. 30 Grad. Also ich denke, das wirst du auch so um die 30 Grad haben wir. Donnerstag haben wir heute. Wir haben gedacht, das wäre ein bisschen leerer, aber es ist schon richtig, richtig voll. Ja. Ja, gucken wir mal, wenn wir dran sind. So, Lotte ist mit Lulu wieder am Start. Wir gehen jetzt hier rein. Ja, viel Spaß. Danke. Danke. So, heute ist es wieder mein Schwägeran mit dabei mit den beiden Kindern. Sag mal Hallo für die Kamera. Hallo. 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 Hallo, hallo Bella. Wir haben auch schon den ersten Halt. Jetzt geht's los. Und du siehst es auf so ein pinkes Schweinchen? Ja. Ja, viel Spaß, Leute. Dann gib mal Gas hier. Da geht die Willenfahrt los. Schätzungsweise 300 Stundenkilometer. Mir wird auch schon ganz langsam schwindelig. Ich bin froh, wenn das hier gleich vorbei ist. Hier sehen wir auch schon die Lotti. Die gibt ordentlich Gas. Und der Max, der winkt uns zu. So, Leute, hat's euch gefallen? Ja? Ja, jetzt. Freut ihr euch auf die nächsten Sachen, die noch kommen? Ja. Ja. Jetzt wird hier Auto gefahren. Die Lulu ist auch am Start. Max ist am Start. Stella ist am Start. So, und zack. Super. Wow. Wow. Tretauto. Bis dato kannte ich nur das Tretboot. Aber das sind ja völlig neue Dimensionen hier. Wahnsinn. Alles gut, Max? Ist das schwer, Max? Ja, ist nicht so einfach, ne? Zack. Maxi, du bist schwer. Ist der Maxi schwer? Ja. Wollt ihr rutschen? Ja. Ab zur Rutsche. Wo ist die Rutsche? Da. Da? Ah. Ist die Lulu auch mit am Start wieder? Das ist doch immer der Wahnsinn. Die ist immer dabei jetzt, ne? Der Max auch. So, die Kathi betätigt die Schaukel. Das macht sie sehr gut. Und wer sonst sich da so schön? Ja, natürlich die Lotte und die Lulu. Es kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. Hey! Super. Und jetzt du, Max. Komm, Maxi. Und. Hey! Super. So, bevor es natürlich zur Rutsche geht, muss man sich hocharbeiten hier an diesen Gestängen. Aber die Lotte macht das schon sehr professionell. Boom. So, jetzt kommt der nächste. Das ist die Charlotte. Sie hat es doch noch geschafft. Und. Wee! Super. Wee! Wee! Wir haben alle da unten drauf. Hey! Und. Hey! Hui! 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 Hier gibt es erst mal eine Stärkung für die Kinder. Lecker, lecker, lecker Brot. Mh. Und? Schmeckt dir? Ja. Dir auch? Mhm. Ah, die Lotte, die guckt schon ganz sehnsüchtig auf das Brot. Ah. Was sagt man? Genau. Dankeschön, Kathi. Bitteschön. Jetzt wird Traktor gefahren. Ah, eine Karambolage ist hier am Start. Tutut. Tutut. Ah, die Lotte. Warte, beide. Ja? Huie! Hui! Hui! So! Ja, jawohl! Du kannst das super hier. Zack! Jetzt sind wir an so eine Kugel. Das sieht aus wie so ein Katzenhäuschen. Hallo! Hallo! Ich geh mal drum. Jetzt kann ich dich sehen. Hallo! Aber du kannst, nee, du kannst mich drehen. Ich kann dich drehen, aber die, warte, die Lotte will auch rein. Das ist da unten drunter. Du musst da auch nach unten. Ja, genau. Jetzt kommt noch der Max rein. Kuckuck! Hallo! Kuckuck! 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 Jetzt sind wir auf so einer Art Abenteuerspielplatz. Sieht richtig gut aus. Und ich denke mal, wir werden das jetzt mal, let's playen, live hier. Lotte ist hier schon oben. Ich auch! Bella auch. So, geht es? Und dann sieht das hier so aus. Die Bella ist schon ziemlich weit vorn. Wir sind jetzt hier in der Rutsche angelangt. Kann ich rutschen? Ja, dann rutsch mal! Komm, wir rutschen auch! Hey! Uuuuh! Bitte ohne Schuhe. Ich hab immer meine Schuhe an. So, jetzt wird nach unten gerutscht. Bums! Jetzt hier an der Wasserbahn und hier wird ordentlich gerutscht. Jetzt geht die wilde Fahrt los. Oh mein Gott! Da kommen sie! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Und Charlotte, wie war das? War das super? Ja? Nochmal. Nochmal? Das war super! So, jetzt ist Tierefüttern angesagt. Leider haben wir nur ein Reh hierher locken können. Oh, ist das süß, das Reh! Da haben wir das Rudel. Und hier haben wir den einsamen Wolf. Aber der einsame Wolf wird gefüttert. So, hier haben wir nochmal die Schatzkarte. Was haben wir denn bis jetzt erlebt? Hier im Bereich waren wir jetzt. Hier sind die Rehe. Jetzt gehen wir hier weiter, dass wir hier den Bereich erkunden. Okay. Wir überlegen, ob wir jetzt Mittagessen gehen, weil wir haben jetzt schon Cup 2. Ja, das ist eine gute Idee. Pommes sind schon am Start. Gleich kommt noch die Currywurst. Die Kinder spielen noch hier am Spielplatz. Währenddessen ist Caro wach. Und bubbelt ein bisschen vor sich hin. Kinder, kommt essen. Ich habe die Schuhe hier, Lotti. Ist das Pommes mit Currywurst? Ja, Currywurst ist runter. Ja, dann guten Appetit, ne? Guten Appetit! Guten Appetit! Oh, hier ist noch der Rest. Currywurst mit Pommes, Mayo und wie man sieht, es hat einigermaßen geschmeckt. Wir machen uns jetzt auf dem Weg zur Rudelbahn. Hier ist die Feuerwehr-Einsatz. Oh, hier ist was passiert. Oi, oi, oi. Das ist die Feuerwehr. So, wir fahren jetzt mit der Rudelbahn. Ich bin mal gespannt. Und los geht die Rudelbahn. Jetzt werden wir hier hochgezogen. Es geht den Berg hinauf. Ah, Lotti. Lotti ist hier. Mein Schoß. Und lenkt das Ganze. Ich brauche nichts zu machen, außer zu filmen. Jedenfalls geht es hier nach oben. Nicht anhalten, weiterfahren. Okay. Ah, es geht los. Und hier langsam, 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 langsam. Wir sind mal angekommen. Ich habe euch gar nicht mehr gesehen. Ihr wart so schnell. Ja, das ging nicht schnell, ne? Aber war cool, ne? Wie funktioniert denn das hier? Hier muss mich einer... Hey, hey. Hoi, hoi. Boah. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Zur Lokomotive, oder? Zur Lokomotive, richtig? Ja. Wie heißt der Lokomotivführer? Jim Knopf, ne? Oder? Lukas? Lukas. Lukas, alles klar. Haben wir das geregelt. Also wir fahren jetzt mit der Lokomotive. Die fährt jetzt hier so eine kleine Runde. Dann nehmen wir diesmal die Karo mit. Dann ist das heute ihre erste Lokomotivfahrt. Oh, bist du schon mal an der Lokomotive gefahren? Super. Und du auch noch nicht? Und du? Auch noch nicht. Und du? Ich hab schon mal an der Lokomotive gefahren. Ja, und war gut? Pass auf! Und los geht die Fahrt. Dann machst du gleich beim Papa so hoch, wenn du den siehst. Okay? So, hallo, Bella. Hallo, Lisa. Oh! Juhu! 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 Oh, da ist der Papi. Alle weg drin. Komm Karo, los geht's! Juhu! Da ist die Bande. Hallo! 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 Der Hel? Wer hat sogar dunkel gemacht? Ich nicht! Hast du dunkel gemacht? Ja! Warum? Hahaha! Noch eine Runde! Genau! Noch eine Runde! Zugabe! Zugabe! Wir fahren noch eine Runde! Wir machen Zugabe! 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 Hey! Zugabe! Hey! Und hier wird geschaukelt. Hier wird doch gefedert. Nein. Und ab geht die wilde Fahrt. Wir reiten auf ein Pferd. Juhu! Hey! Macht Spaß! Ja! Wie heißt das Pferd? Jolly Jumper? Hey! Hallo! Hey! Das ist das Sieger Pferd. Kurz vor Ziel. Wird es nun mal langsamer! Aber es bleibt auf Platz 1. Ich war jetzt mit den Kindern auf der Rundbootrutsche, hat echt Fun gemacht, war echt super. Jetzt gehen wir nochmal zum Rutschparadies, weil die Charlotte und der Maxi durften leider nicht hiermit rutschen, was im Hintergrund läuft, weil die noch unter 4 sind. Und weg ist er. Die Bella hangelt sich hier von A nach B. Das macht sie sehr gut. Hier ist A und da ist B. Lattie, willst du auch da rein? Okay. So, komm Max, machen wir Platz. Charlotte, geh mal, ja. Genau. Okay. Okay. Ah, okay. Hey, hey, hey. So, ich gehe jetzt mit der Bella rutschen. Jetzt mal hier rutsche mit Looping. Ich habe die Rutschmatte am Start. Die Bella, die läuft aber schon ganz weit vor hier. Ich komme. Mann, Mann, Mann. Hier ist es. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir jetzt runter. Bella? Ja. Bist du bereit? Ja. Okay, ich auch. Schon da? Oh, wir sind schon da. Leute, jetzt macht alle mal die Hände hoch. Alle mal die Hände hoch. Alle mal die Hände hoch. Und winken, winken, winken. Hey. Mega-Ultra-Geschwindigkeit. Wow. Bella, was trinkst du da? Ja. Limo. Ist das eine Limo? Ja. Nee. Ja. Ist wirklich eine Limo? Ja. Ja? Ja. Das ist ja total verrückt. Ja. Du trinkst die auch? Boah. Kelch geht einmal rum. Und der Max, der alte Säufer. Guck mal, ich jetzt. Guck mal, ich jetzt. Boah. Jetzt wird gehüpft. Hey. Ich hab was ganz Verrücktes vor, oder? Boah. 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 Toi, 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 toi. Nichts gebrochen. Alles gut. Ja. Alles gut. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonnieren nicht vergessen, ne? Oh, wie süß. Wir haben hier Babyziegen. Die Ziege lässt es sich mal so richtig gut gehen. Lecker, 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 lecker. Oh, ich wurde hier eingesperrt. Ich will raus. Oh. Ich will raus. Ich wurde hier eingesperrt. Ich will raus. Ich will raus. Oh, was geht denn hier ab? Ach, jetzt wird erstmal ordentlich getrunken. Oh. Ich sehe hier noch, ne? Du hast hier noch Wildfutter. Genau. Was wird denn damit gemacht? Ja, müssen wir mal gucken, was heute Abend wir uns damit machen. Ja, vielleicht mit Nudeln oder so, ne? Hm. Mit Kräutern. Das Rezept folgt dann. Das ist ein Gourmet. Der nimmt nicht jedes. Nur ausgewählten nimmt der. Der macht Kaka. Kaka. Ey, wie spuckt das? Spuckt der das wieder? Ja. Nein, meins nimmt der. Der ist Gourmet. Der nimmt nur von mir. Das nimmt der. Süß. Oh. Ich breite ihn ab. Breite ihn. So, Caro versucht erst Bäuerchen zu machen. Auf Kathis Schultern. Hier. Oh, da ist es. Oh, da ist es schon. Super. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Super, Caro. So, was haben wir denn hier? Weiß ich auch nicht ganz genau. Ein Buzzer. Drückt mal drauf, Kinder. Drücke einmal für Deutsch. Press twice für Englisch. Drück Dirigier von Nadellanders. Drück noch für Dänellanders. Schön. Hier ist nämlich der Natur-Erlebnispfad. Hier hat man ganz viele Sachen. Ich gehe das mal nicht schnell durch. Läuft durch. Was wiegt Holz? Eiche, Rotbuche, Bongossi, Billinger, Pappel, Douglasie. Gegen Pappel bin ich allergisch. So. Was haben wir hier? Ein neuer Wald entsteht. Ah, so ein schöner Pfad, ne? Aber kurzum. Wir waren schon so lange hier. Wir haben jetzt auch keine Zeit mehr, leider. Es schließt hier alles. Ah, ich wollte es nur mal gezeigt haben. Oh, hier haben wir die Frau Holle. Sie grüßt aus dem Fenster. Hallo, hallo. So Leute, hier ist der Kettlerhof von oben. Hier sehen wir das Piratenschiff. Ich mache einmal so einen Panoramaschwank. Jetzt geht's los. So, zum Schluss gibt's noch ein Eis. Lecker, lecker. Ich habe ein Kalippo. Was hast du für ein Eis? Vanilleeis? Sieht lecker aus. Du hast ein Haribo-Eis. Was hast du für ein Eis? Lecker, lecker. Du hast auch Kalippo Cola? Ich habe Kalippo Cola. Die Leute, die auch. So, der Kettlerhof ist so gut wie leer. Wir sind jetzt so die letzten Besucher noch. Wir machen jetzt gleich Feierabend. So Leute, das war's für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten einen sehr schönen, harten Tag. Aber es war wirklich toll. Das Wetter war super. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.